Sie sind Vorstand oder Geschäftsführer? Dann müssen Sie nicht nur durch Ideen punkten, sondern diese Ideen auch überzeugend rüberbringen. Denn wer nicht die perfekte Story bringt, droht zwangsläufig zu scheitern. Und die meisten Vorstände und Geschäftsführer scheitern an drei Punkten. Als Bestsellerautor mit über 2 Millionen verkauften Büchern, TEDx Speaker und Executive Berater von europäischen Vorständen und Geschäftsführern weiß ich, wie wichtig es ist, eine Idee und Strategie in die richtige Story zu bringen, um Führungskräfte und Stakeholder nicht nur zu überzeugen, sondern auch nachhaltig zu begeistern. Oft haben Unternehmenslenker herausragende Ideen, doch schaffen sie es nicht, andere ausreichend zu begeistern und mitzunehmen. Im Grunde ist das schon der Anfang vom Scheitern. Denn man hat nur eine Chance für einen guten Eindruck und das gilt auch für Ihre Strategie und Ihr Unternehmen. Gerade hier begehen aber Vorstände und Geschäftsführer drei gravierende Fehler. Wenn Sie also Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer sind und Ihre Stakeholder bei der nächsten Führungskräfte-Veranstaltung mitreißen wollen oder vor einer herausfordernden Situation stehen und Ihre Partner überzeugen und begeistern müssen, dann sollten Sie unbedingt das White Paper Storytelling in der Strategiekommunikation herunterladen, das ich exklusiv für Vorstände und Geschäftsführer zusammengestellt habe, um die drei Fehler zu vermeiden, die dafür sorgen, dass Vorstände und Geschäftsführer oft nicht überzeugen. Wenn Sie mit Ihrer Mission Menschen begeistern, dann ist das keine Mission Impossible, sondern es gilt To tell is to sell.